ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Leider-Sauce oder so? Ja Warte mal ganz kurz Oh Gott, da hat die Granate hinter dir Ja schnell 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 hier an die Wand pressen Ich will nur ein paar Leichen hier rein kriegen Warte Ja, Oh ja, perfekt 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 Okay, what the fuck Okay, bereit Tovi Okay Lass uns diese ganzen freaky waffen nicht benutzen, okay Ich glaube uns den hier Was zum Teufel Ey, warte mal, eigentlich ist das aber gar nicht richtig. Eigentlich müssen wir eine Uhr haben, glaube ich. Du meinst, wir müssen schlafen hier? Äh, ja. Irgendwann haben wir noch... Eigentlich müssten wir... Nee, warte mal, eigentlich müssten wir... Oh, ii, oh Gott. Oh, der Zoom ist echt... Guck mal, das ist das Problem, wenn ich mit Waffen spiele, die überhaupt nicht herangehören. Sicher? Ja. Warum? Mach einfach mal kurz, ich würde mal mal gucken. Ah ja, jetzt, jetzt ist... Jetzt ist, äh... Hey, Tobi, Tobi. Hi. Bitte. Oh Gott. Oh nice. Ich will mich in dich stellen. Tobi, dein Blick! Ja, dein Blick! Du siehst mega, warte. Oh, gut, schön, schön, Tüme. Guck mal, kann ich irgendwie noch so andere Sachen machen, außer die Uhr angucken? Nee. Ach, hußt, rechte Maus hast du. Ja, gerade hat er gehustet, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ich wollte dich gerade anhusten, deswegen war ich auch so nah bei dir. Aber, what the? Oh, Schattenkrieger! Oh, der Arm. Tobi, Tobi, das sieht nicht gesund aus, mach das bitte nochmal. Das sieht überhaupt nicht gesund aus, ganz ehrlich, Tobi. Hör auf, den Arm zu brechen. Warte mal, bleib mal so. Guck doch nur auf meine Uhr. The man who stert cardboard. Okay, glaub... Wollen wir rein, Tobi? Hey, Tobi, 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 Schleich. Schattenkrieger. Okay, warte. Oh, okay. Starting. Starting. Okay, bin mal gespannt. Und ab jetzt weiß ich nicht, was passiert mehr. Daniel, hör mal die Musik. Ist wunderschön, Tobi, dass dein Gesicht ist so überblendet. Ja, du guckst irgendwie mal nach links oben. Glaub ich noch mal Ingame-Kram ein bisschen lauter. Wie ist denn das überhaupt? Habe ich die Taschenlampe an? Wieso leuchtest du eigentlich so? Geh mal in die Ecke. Ja, da war eine Lampe. Guck mal, wie ich hier glitzer in der Mitte. Ich fühl mich so erleuchtet, wenn ich in der Mitte stehe. Ja, praise the sun hier. Was ist da los? Und jetzt in der Ecke sehe ich wieder ganz normal aus. Ja, wir haben uns gerade noch so tolle Skins runtergeladen, die wir jetzt eigentlich nicht nutzen können. Die können wir denn für andere verrückte Sachen benutzen. Oh Gott, oh Gott, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, Tobi! Alter, ist das ein Gruselspiel? Ist das ein Mann? Guck mal. Alter, was geht ab, bitte? What the fuck? Ernsthaft? Hey, man! Hier sind wir. Huste mal, Tobi. Kann ich doch, kann ich! Hey, wir haben nicht so viel Zeit. Guck mal auf meine Uhr. Können Sie sich bitte umdrehen? Tobi, ist das ein Gruselspiel? Du hast mich nicht darauf vorbereitet? Ja. Aber wirklich nicht. Ich habe dich nicht darauf vorbereitet. Ist das ein Gruselspiel oder ist das nicht? Mann, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ernst jetzt? Das hat mich jetzt ziemlich abgefuckt, ganz ehrlich. Wir sind in den scheiß Fahrstuhl hier und die Tür ging auf und ich konnte nicht rausgehen. Und da war so ein Typ. What the fuck, Alter? Das Spiel heißt Elevator, Mann. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Wie du mit Brille da stehst. Ich sehe meine Brille gerade. Ich will mich selber sehen. Was soll denn das? Warte mal, wie groß das mir ist, warte. Geh mal so ein Stück an mich ran. Ja, du bist transparent gerade. Ja, ist das nicht widerlich? Tobi, du bist weg. What the fuck? Wo bist du? Hier unten. Schattenkrieg. Oh mein Gott, Tobi, dein Arm. Ist das mit meinen Armen genauso? Mach mal. Ja, ich mache es schon eigentlich. Guckst du auf Uhr? Jetzt. Ne, warte. Jetzt. Siehst du, was ich meine? Warte, High five. High five. Nice. Ne, Tobi hier. Warte, warte. Tobi bleibt mal stehen. Wow. What the fuck? Lin. Oh Gott, ich komme da her. Ich komme da her. Hi. 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 Sie tut. Ja, witt, du bist alles schön. Hi. Ich habe Angst, dass etwas Gruseliges passiert, ganz ehrlich. Ich hasse Gruselgespiele. Ich meine nicht, dass das schon gruselig... Wow. ... ist. ... ist. Tut, 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 tut. Komm mal hier, Tobi, Tobi. Komm mal hier. Hör auf an, ihr zu sniffen, Mann. Ich sniff nicht an ihr. Ja, du steckst hier gerade den Ellbogen zwischen die beiden. Mach du das mal. Warte mal, weißt du, was du noch getan hast? Ey, guck mal. Du musst ein bisschen höher zielen. Höher. Ne, noch ein Stück zurück. Zurück. Noch ein Stück. Stück, noch ein Stück. Noch ein Block. Oh, das ist gut, Tobi. Stopp, geh noch ein Stück vor. Geh noch ein Stück vor, Tobi. Oh, wir sind schon über 20, aber trotzdem möchte ich nur Spaß daran. Oh, die Musik passt perfekt dazu. Könnte ich gar nicht. Ich bin fast schon stets in der Ecke. Tobi, du luschst da so rüber. Hör auf, auf die Uhr zu gucken. Yo, yo, yo. Oh Gott. What the fuck? Was ist los mit diesem Spiel? Wir sind in einem Land vor unserer Zeit. Ist das ein Dinosaurier, Tobias? What the fuck? What the? What? What? Zählen wir gerade zurück? Tobi, deine Augen machen komische Dinge. Ich kann aber verstehen, warum. Weil wir gerade einen Tyrannus aus Rex gesehen haben. Tobi. Das sieht aus wie so ein Anime, wenn du das machst, Tobi. Als wenn du runtergehst in deine Superpower-Channel. Was nochmal? Warte. Warte. Tobi, muss ich gerade husten? Nein. Ich muss machen. Meine Stimme ist weg. Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehaamehamehi, yo. eigentlich die Zeit, nur mal so ganz nebenbei? Ja. Ist ja dunkel geworden. Okay, warte mal, wir haben jetzt die ganze Zeit. Oh Gott, guck mal, wenn ich... Drei nach halb zwölf, oder? Siehst du, was ich grad mache? Ich seh meine Füße und das sieht weird aus. Ey, du tanzt! Guck mal, so machst du grade. Achso, okay. Siehst du das? Kein Wunder, ich hatte die Musik grad. Höh! Alter! Nein! Kommt der hier rein? Kommt der hier rein? Ist das... Siehst du auch, Alexi? Waren wir mit dem reden? Die Musik ist hilarious, Alter. Guck mal, guck mal, wie der... guck mal, der... der tanzt. Oh, hier, Tobi. Guck mal, wie er aussieht. Höh! Höh! Höh, halloloi! Höh, hörh, hörh! Höh, hörh! Höh, hörh, hörh, hörh! Höh, hörh. Höh, hörh, hörh! Höh! Höh, hörh, hörh! Höh! Okay, aber ohne Scheiß. Wieso sind hier... wo kam... Also warte mal. Was haben wir grad gesehen alles? Äh, ich weiß nicht, wir waren gerade in der Hölle, glaube ich, nachdem wir in Dinosaurier-Zeit, äh, in einem Land vor unserer Zeit waren. Kommen wir mal raus? Kommen wir sie gerade... Was ist das? Weiß nicht, eine Maschinenhalle? Irgendwie... Du fährst hier in der Maschinenhalle? So wie hier. Hame, Hame, Hame! Haaah! Was ist die doch aus, wenn wir springen? Meine Güte, wenn ich so im Relaf springen könnte. What the fuck ist los mit den Figuren, ey, und ich weiß nicht, aber wir springen gerade im Kreis. Ist mega hilarious! Und scheiß, wenn jeder Aufzug so spannend wäre! Die Musik wechselt sich ja auch, äh, wechselt auch hier mit jedem Abschnitt irgendwie, oder? Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, warum, ehrlich gesagt. Ich meine, wo sind überhaupt die Lautsprecher hier? Warum ist ein Skelett und eine Frau mit uns im Aufzug? Weiß auch nicht. Moment, wo ist die Frau zugestiegen? Äh, aus irgendeinem... In so einer Gasse? Hallo, Frau Lynn? Aus irgendeinem Grund weiß ich, dass sie Lynn heißen. Könnten sie... Da fragt ihr auch wieder im Blick, ne? Oh! Oh. Wiss gar nichts, ne? Hä? What? Warum macht das? Ich weiß... Ich bin... Weißt du... Kennst du Leute, die so Angst haben vor Fahrschuh fahren? Weil das passieren könnte? Was ist denn... Was ist denn... Oh. Ah ja. Alter. Lass mal husten. Ach. Tobi hier. Super Power aktiviert. Guck mal hier, Larry, warte mal. Komm dir halt noch mal an. Komm mal hoch. Stell dich mal bitte hin, wo ich stehe. Okay, okay, ich mach's. Und guck mal ein Stück höher. So, dass du mich so nicht siehst. Siehst du mich so nicht? Du siehst mich nicht, oder? Warte, 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 so. Okay, du siehst mich nicht, ne? Nein, ich sehe dich nicht, ich sehe nur Lens Hinterkopf. Daniel? Ja? Hi. Warte so, warte so, okay. Hi, Tobi. Daniel? Ja? Hi. Oh. Jesus. Hey, Jesus. Hat ein... Hat ein... Mit Schwimmreifen um. Ja. Mit Sternen. Frag mich doch, was mit dem Skelett hier los ist. Ey, das ist weird, ey. Warum ist hier eine Wüste voll? Weiß nicht. Die... Die Zeit ändert sich... Ey, die Zeit ändert sich tatsächlich. Und... Weis es im Ernst? Ja, um halb, genau um halb, zwölf, glaube ich. Also um 11.30 Uhr. Oh, what? Ich kriege jemanden Schreck, wenn das passiert, ne? Ja, ich auch. Wo ist der... wo ist der Reifen von Jesus? Reifen? Du meinst einen Schwimmreifen hier? Ja. Guck mal, wie er guckt. Ah, Butter. Oh, warte mal. Tobe, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Oh, ich kann den Gebiss sehen. Oh, wie creepy. Hey, Tobi, Tobi, bleib mal da, wo du bist. Bleib mal da, wo du bist. Ja. Lass mich sehen. Nein. Hi! Tobi, 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 bleib mal da, wo du bist. Hi! Was so dumm, ne? Tobi, weißt du, was? Ich bleib bei Jesus, so, ja. Okay, okay. Du kannst ja mal... gleich mal gucken. Ich sehe hier so speckigen Nacken. Ernsthaft, der hat einen extrem speckigen Nacken. Dreh, dreh dich einfach mal um, Daniel. Links oder rechts rum? Na links. Moment. Warum hat das Spiel eigentlich einen tieferen Sinn oder so? What? Wow! Oh. Oh! Hi, Barley. Was? Ja, warum ist der vom Himmel gefallen? Ich weiß nicht. Ich stelle mich noch mit der Jesus, okay? Okay. Licht um oben, Daniel. Links oder rechts rum? 180 Grad da hinten? Ja, links oder rechts rum? Im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn? Gegen. Shit. Oh, was? Hahaha. 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 Wenn du nur mit dir einen Schritt näher herangekommen wärst, dann hätt ich dann bester in mir gewesen. Oh, das wär perfekt, Tobi. Hahaha. 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 Das war gut. Hahaha. Hahaha. Ey, ey, dreh dich mal in die Ecke hier. Hier? Hier? Okay, okay. Alles klar. Okay, C bis 5. Ich hab mich versteckt. Ja. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, kurz kommen. Hahaha. Hm. Die Augen. WTF? Waren wir das nicht schon mal? Oh Gott. Das sieht aus irgendwie in so einem... Äh, äh... Indizierten... Oh, wow, wow, wow. Gut, dass hier ein unsichtbar... Warte. Wird immer ran gesogen. Hörst du denn auch alles so dumpf? Das Interessante ist übrigens, dass man nicht ran gesogen wird, Tobi, sondern dass man rausgeblasen wird. Wusstest du das eigentlich? So viel zum Thema ein bisschen Wissenschaft gerade. Wegen Unterdruck, ja. Ja, genau. Man wird rausgeblasen, nicht rausgesogen. Ja, man wird vom... Genau, man wird vom Unterdruck rausgedrückt sozusagen. Genau, genau, genau. Das sagen nämlich ziemlich viele Leute immer falsch. Ja, man wird nicht rausgezogen, weil draußen ist ja keine Luft. Sondern der Druck drückt die Luft raus. Genau, genau. In den Luft in den Raum rein. Ja. Okay, Tobi, 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 stell du dich mal in die Ecke, stell du dich mal in die Ecke. Ja, ja. Okay, und ich versteck mich und du musst mich suchen, okay? Okay, okay. Hier hinten in die Ecke? Oder da, genau. Okay, alles klar. Warte. Und los. WÄH? Pfff, wieso denn hier? Verbeilage, Jungs, du kommst echt bloß noch rum. Ja. Warst du ein bisschen verwirrt für einen Moment, ne? Ja, Mann, dann stell ich mal hier hin, so wie ich stehe. Okay. Ja, und dann dreh dich einfach mal nur um. Du siehst das nicht. Ich zähl dich da unten, ja, stimmt. Ich finde, das war egal. Krass, die Mucke. Oh Gott. Alter, ist das ein Insekt? Alter, wie geil ist das denn? Ich finde das ziemlich creepy, muss ich zugeben. Ich erwarte mal, dass irgendwas passiert. Okay. Du auch? Weißt du, was ich erwarte? Dass irgendein grüßliches Gesicht kommt und ganz laut schreit. Nein, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich sagen soll. Nur, dass ich die Skybox sehen kann da oben. Ich seh keine Skybox. Das ist ein völlig ausmütend. Nachgestellte Wüste. Was ist los mit dir? Ja, das sah es dir wirklich wie im Reelife aus. Ja. So. Ja. Most als die Skyboxa kommt, Das ist die Skyboxxper 뭐� ASH da. Auch sein sieht. Das ist头. Oh, wie soll das wherever haben sollen? Untertitelung des ZDF, 2020